Und damit herzlich willkommen hier zu diesem neuen Video von Selbstorientiert. Heute soll es mal um die analen Phase nach Sigmund Freud gehen, da wir wünschen euch wie immer ganz viel Spaß beim Video. Ich würde sagen, wir starten jetzt ins Video rein. Vorher könnt ihr gerne uns abonnieren, das Ganze ist kostenlos für euch und unterstützt uns einfach riesig. Dementsprechend lasst jetzt ein Abo da, lasst gerne einen Like auf das Video da und dann starten wir direkt mit der analen Phase nach Sigmund Freud. Das Ganze befindet sich ja in seinem Phasenmodell und ist die zweite Phase dieses gesamten Phasenmodells. Falls euch die anderen interessieren, guckt da gerne in unsere Playlist rein. Dabei findet diese analen Phase im Alter von circa zwei bis drei Jahren statt. Ganz wichtig ist ja immer zu gucken, dass es auch ein Zirka-Angabe ist, das heißt, dass sich das verschieben kann. Allerdings ist es häufig so, so hat Sigmund Freud es jedenfalls festgelegt beziehungsweise erkannt, dass das Ganze im Alter von zwei bis drei Jahren vonstatten geht. Dabei sind die erogenen Zonen, wie auch die man bereits annehmen kann, einerseits der Anus, andererseits lassen sich aber auch weiter erogenen Zonen vorfinden, die eben aus der vorherigen Phase der oralen Phase eben übernommen wurden, wenn die Entwöhnung zum Beispiel noch nicht ganz abgeschlossen wird. Das Ganze, der erogenen Zonen des Anus ist aber der Hauptbestandteil dieser Phase. Grundsätzlich ist die wichtigste Entwicklungsaufgabe, also die Aufgabe, die den Eltern in dieser Zeit zukommt, die Sauberkeitserziehung. Das heißt, dass man dem Kind anerzieht, sauber zu sein, auf gewisse Dinge zu achten. Das geht natürlich in dieser Phase besonders noch vonstatten über Zeigen und Beispiele nehmen an den Eltern. Gleichzeitig findet ja hier aber auch die Sprachentwicklung zunehmend statt. Dementsprechend kann das auch schon so vermittelt werden und man muss nicht alles über eine ausschließliche bildliche Erziehung sozusagen ermöglichen. Das Ganze kann natürlich auch Probleme im späteren Erwachsenendasein sozusagen hervorrufen. Grundsätzlich kann hier nämlich eine Fixierung auf Ordentlichkeit stattfinden. Das heißt, wenn man zu stark entwöhnt wurde, wenn man eben diese Sauberkeitserziehung zu stark fixiert hat, dann kann es durchaus zu einer Ordentlichkeitsstörung im späteren Leben kommen, gleichzeitig eben zu einer Gründlichkeitsstörung. Und es kann dazu führen, dass man auch auf die Psyche einen Einfluss hat. Das heißt, dass die Sturheit eines Menschen zum Beispiel gefördert wird. Das kann eben dadurch beeinflusst werden, da die Entwicklungsaufgabe zu stark vernachlässigt wurde und nicht vorhanden ist sozusagen. Und letztendlich kann das Ganze natürlich auch alles gegenteilig passieren, denn wenn die Sauberkeitserziehung überhaupt nicht durchgeführt wurde, dann kann das dazu führen, dass man eben nicht ordentlich ist, nicht gründlich ist und eine fehlende Sturheit hat beziehungsweise ja sehr, sehr offen mit seinen Sachen umgeht. Genau das sind sozusagen die Möglichkeiten, die wir nach der analen Phase sozusagen haben. Wie immer würden wir uns riesig freuen, wenn ihr unseren Kanal abonniert, gerne uns unterstützt, indem ihr jetzt ein Like da lasst, kommentiert, falls ihr Verbesserungsvorsträge habt. Ansonsten würde ich sagen, schaut nochmal in die Links in der Videobeschreibung vorbei. Da gibt es nochmal ein Instagram-Lim und nochmal einen Link zu unserem Podcast auf Spotify, Anchor und Apple. Alles einmal vorbeischauen, haut rein und ciao. Willkommen hier zu einem weiteren Video von Selbstorientiert. Heute soll es mal um die fallische Phase nach Sigmund Freud gehen. Dabei befindet sich das Ganze in seinem Phasenmodell. Und wie immer würden wir uns freuen, wenn ihr dran bleibt. Ansonsten lasst gerne ein Abo da, das unterstützt uns riesig, ist kostenlos für euch, ist aber eine riesen Unterstützung. Dementsprechend klickt jetzt auf den Abo-Button. Ansonsten würde ich sagen, lasst ein Like da und wir starten mit dem Video. Wie ihr bereits wisst, ist die fallische Phase ja der dritte Teil des Phasenmodells. Wir haben zu den anderen Phasen bereits auch schon Videos aufgenommen. Falls euch das interessiert, guckt in die Playlist rund um Sigmund Freud hinein. Ansonsten starten wir direkt mit der Altersangabe. Und die Altersangabe ist wie immer eine Zirka-Angabe. Das heißt, wir können nicht klar festlegen, wann diese Phase stattfindet. Aber man hat jedenfalls festgestellt, dass diese Phase, beziehungsweise Sigmund Freud hat festgestellt, dass diese Phase im Alter von circa 4 Jahren bis circa 5 Jahren stattfindet. Dabei sind die erogenen Zonen hier die Genitalien. Das heißt, das ist das erste Mal, dass die Genitalien in die erogenen Zone rücken. Das wird ja später nochmal passieren in der fünften Phase. Aber hier eben die erogenen Zonen, die Genitalien. Eine der wichtigsten Entwicklungsaufgaben in dieser Zeit ist die Bewältigung des Oedipus-Komplexes. Was ist jetzt dieser Oedipus-Komplex? Beim Oedipus-Komplex geht es grob gesagt darum, ein Kind sich auf den gegengeschlechtlichen Partner sozusagen zu stark fixiert. Das heißt zum Beispiel, dass ein Sohn sich besonders auf seine Mutter fixiert. Das kann dann dazu führen, dass man mit dem gleichgeschlechtlichen Teil der Eltern sozusagen in einem Konflikt kommt und dass man sich sozusagen messen möchte. Das ist besonders bei Jungs eben zu beobachten, lästig aber auch auf die Mädchen, also auf den weiblichen Gegenpart sozusagen zu übertragen. Also das ist der Oedipus-Komplex ganz heruntergebrochen. Basiert auf einer frühen Geschichte aus der Mythologie. Hier hat Sigmund Freud eben darauf zurückgegriffen und das festgestellt, was ja auch bei seinem bekanntesten Fall Anna O. durchaus vorhanden war, so eine Art Vaterkomplex, die dann zu psychischen Problemen geführt haben. So, das also der Oedipus-Komplex, der soll bewältigt werden. Das kann zum Beispiel passieren, indem man eben das Kind als besonders stark darstellt, aber auch nicht zu stark. Das heißt, dass man ihm auch seine Grenzen aufzeigt. Also so die Bewältigung des Oedipus-Komplexes, wie diese vonstatten gehen kann. Fixierungen können hier aber allerdings natürlich auch auftreten und das kann dann zu Problemen im Erwachsenenalter führen. Zum Beispiel, weil man eine enorme Eitelkeit hat. Die kann eben dadurch hervorgerufen werden, dass der Oedipus-Komplex zu stark bewältigt wurde beziehungsweise, dass man sich zu stark auf den einen Teil der Eltern sozusagen fixiert. Außerdem kann eine Rücksichtslosigkeit vonstatten gehen. Das heißt, wenn man nicht gestoppt wird, das heißt, wenn der Vater oder die Mutter nicht die Grenzen aufzeigt, dass das dann letztendlich zu einer Rücksichtslosigkeit in der Erziehung führen kann. Außerdem kann natürlich alles exakt gegenteilig funktionieren. Wie immer, wenn wir uns die Fixierungen angucken, sind die natürlich auch immer auf den gegenteiligen Part zu beziehen. Und das soll es auch schon zu der fallischen Phase sein. Falls euch die anderen Videos interessieren, guckt in die Playlist rein. Ansonsten guckt gerne die Links in der Videobeschreibung, checkt unser Instagram aus und ansonsten schaut gerne bei unserem Podcast vorbei. Den gibt es auf Spotify und Apple. Ansonsten soll es das gewesen sein. Lasst ein Like da, lasst ein Abo da und haut rein. Ciao. Willkommen jetzt zu diesem neuen Video von Selbstorientiert. Heute soll es mal um die Latenzphase gehen. Das heißt, wir gucken uns das Phasenmodell nach Sigmund Freud an. Wie immer wünsche ich euch ganz viel Spaß für ein Video. Und jetzt würde ich sagen, starten wir auch direkt rein ins Video. Vorher könnt ihr uns gerne abonnieren. Das unterstützt uns riesig. Lasst aus dem Like da und klickt jetzt, wie gesagt, den kostenlosen Abo-Button. Denn das ist wirklich eine riesen Unterstützung für uns. Dementsprechend würde ich sagen, starten wir jetzt aber direkt ins Video. Und es soll heute um die Latenzphase gehen. Diese ist bekanntlicherweise die vierte Phase des Phasenmodells nach Sigmund Freud. Zu allen anderen Phasen haben wir bereits auch schon Videos aufgenommen. Falls euch die interessieren, guckt gerne in die Playlist rund um Sigmund Freud rein. Ansonsten findet diese Latenzphase sich im Alter von circa 6 bis circa 12 Jahren. Das heißt, wir haben ja hier erneut eine Zirkaangabe, die von Sigmund Freud ja immer verwendet wurde, weil man eben durchaus Abweichungen feststellen kann. Aber man hat eben eine grobe Phase, die grob von dem Alter circa 6 bis circa 12 Jahren angesetzt werden kann. Dabei sind die erogenen Zonen nicht spezifisch gefordert. Das heißt, es gibt keine spezifischen erogenen Zonen. In allen anderen Phasen ist das ja schon der Fall. In der vierten Phase ist das eher so eine Art Übergangszeit, die wir hier finden. Und dementsprechend sind auch keine erogenen Zonen gefordert. Ganz wichtig auch nochmal hier sozusagen die Rahmenstruktur darzustellen. In der dritten Phase und in der fünften Phase haben wir die Genitalien als erogene Zone. Das ist sozusagen die Übergangszeit, in der das alles gar nicht vorzufinden ist. Vielleicht auch eine Art Erholungszeit. Dann ist natürlich eine wichtige Entwicklungsaufgabe hier die Entwicklung der Abwehrmechanismen. Das heißt, Freud hat das Ganze mit einem anderen Modell verbunden, das er ja auch schon implementiert hat in Form des Eisbergmodells. Dort hat er ja die Abwehrmechanismen eingebunden. Und hier stellt er sozusagen eine Verbindung zwischen dem Eisbergmodell und der Latenzphase, beziehungsweise zwischen dem Eisbergmodell und dem Phasenmodell her. Denn er sagt, die Entwicklung der Abwehrmechanismen ist in der Latenzphase essentiell. Das heißt, dass man sozusagen sein Unbewusstsein und sein Vorbewusstsein besonders schützt. Falls euch das interessiert, guckt da gerne in die Playlist rund um das Eisbergmodell ein, das aber nur am Rande erwähnt. Außerdem ist die Phase nochmal besonders, weil eben hier typischerweise keine Fixierungen auftreten. Sonst kannte man das ja, dass typischerweise Fixierungen auftreten. In der Latenzphase ist das allerdings nicht der Fall. Das heißt, dass ebenfalls, wenn die Entwicklungsaufgabe hier nicht besonders stark fixiert wird, beziehungsweise nicht entwickelt wird, dann treten in der späteren Phase keine Fixierungen auf. Das ist natürlich ganz wichtig, wenn man sich das dann im späteren Leben sozusagen anguckt und welche Effekte diese Abwehrmechanismen durchaus haben können. Das stellen wir euch aber eher in dem Video rund um Abwehrmechanismen vor. Dementsprechend soll es das jetzt aber auch gewesen sein. Vielen Dank fürs Zuhören. Lasst ein Like da und guckt gerne in die Instagram-Links beziehungsweise checkt unseren Podcast auf Spotify, Apple, Anchor und allen anderen gängigen Plattformen aus. Das soll es gewesen sein. Haut rein, lasst ein Like da, lasst ein Abo da und ciao. Willkommen jetzt bei einem neuen Video von Selbstorientiert. Heute soll es mal um die genitale Phase gehen, die sich in Freuds Phasenmodell vorfinden lässt. Viel Spaß beim Video und ich würde sagen, zuvor würden wir uns riesig freuen, wenn ihr uns unterstützt. Das könnt ihr machen, indem ihr den Kanal jetzt kostenlos abonniert. Also jetzt einfach auf den Abo-Button klicken und uns kostenlos abonnieren. Ansonsten unterstützt uns mit einem Like oder einem Kommentar und dann würde ich sagen, starten wir direkt in das Video ran. Die genitale Phase ist ja die letzte Phase in dem Phasenmodell nach Freud, das heißt die fünfte Phase. Dementsprechend findet sie sich im Alter von circa 13 bis 18 Jahren wieder. Diese Altersangaben sind genauso wie in den vorjährigen Phasen immer grob gefasst. Das heißt, wir haben hier eine Zirka-Angabe. Das heißt, es kann durchaus variieren, wo zum Beispiel eben die Adoleszenz, also die Pubertät, bei verschiedenen Menschen eben einsetzt. Deswegen kann man nicht ganz klar sagen, es fängt mit Punkt 13 an und mit Punkt, dem 18. Lebensjahr hört es auf, sondern es kann natürlich ganz stark variieren. Es kann durchaus mit 11 schon gehen und insbesondere in den aktuellen Jahren sieht man, dass sich das immer mehr nach vorne verschiebt. Diese Altersangaben da eben durch die Medien zum Beispiel gewisse Prozesse der Adoleszenz früher ausgelöst werden. Außerdem sind hier die Erogenenzonen die Genitalien, das heißt die Genitalien sind auch im Wesentlichen das, was weiter ausgebildet wird, was weiter wächst. Und dadurch auch der Fokus dieser Phase auf den Erogenenzonen des Genitals oder der Genitalien. Dabei ist die wichtige Entwicklungsaufgabe, die den Eltern zukommt, die aber natürlich auch an weitere gesellschaftliche Akteure übertragen wird, dass die Reifung der sexuellen Intimität vorangetrieben wird. Das heißt, dass zunehmend die sexuelle Intimität gefördert und verbessert wird und dadurch eben zunehmende Fixierungen verhindert werden können. Und das Ziel dieser Phase ist es sozusagen, den Mensch als einen Teil der Gesellschaft herauszubilden. Also hier die wichtige Entwicklungsaufgabe der Reifung der sexuellen Intimität. Die Fixierungen, die dann eventuell auftreten können im Erwachsenenalter, falls eben doch nicht gründlich gearbeitet wurde, beziehungsweise doch nicht die Entwicklung gründlich abgeschlossen wurde, kann durchaus Bindungsangst sein. Das heißt, dadurch, dass der Mensch eben keine sexuelle Intimität kennengelernt hat oder entwickelt hat, hat man vielleicht eine eventuelle Bindungsangst, eine Bindungsstörung. Eben dadurch, dass die Menschen sozusagen sich nicht vertraut gemacht haben mit anderen, die eventuell in ihrem Alter sind oder älter oder ein bisschen jünger. Das heißt, das ist ein Teil dieser Fixierungsmöglichkeiten. Andererseits kann es aber eben auch die Angst vor Intimität sein. Das heißt, nicht mal eine Bindungsangst, die da existiert, sondern eine tiefergehende Angst vor sexueller Intimität, beziehungsweise genereller Intimität, die natürlich auch ein bisschen weiter geht als nur eben das sexuelle Dasein. Also das sind hier die Möglichkeiten der genitalen Phase, wo sich das fixieren kann. Ich hoffe, ihr habt alles verstanden in diesem Video. Falls ihr noch Fragen habt, lasst es uns gerne in den Kommentaren wissen. Ansonsten lasst ein Like da, kommentiert, was wir noch besser machen können, beziehungsweise welche Videos wir noch machen können. Ansonsten abonniert den Kanal und schaut gerne in die Links in der Videobeschreibung. Da haben wir einmal einen Link zu unserem Instagram und natürlich auch zu unserem Podcast auf Spotify, auf Apple und auf allen anderen gängigen Plattformen. Haut rein und ciao! Willkommen!